Zwei YouTuber gegen die ganze Community. Ja, ihr habt richtig gehört, Leute. System und ich werden gleich in eine Duo-Runde gehen und ganz normal looten. Die restlichen Spieler, also die Community, die dürfen nur die Spitzhacke benutzen. Das heißt, wenn es jemand schaffen sollte, uns zu eliminieren mit der Spitzhacke, bekommt er 2800 V-Bucks. Vertraut mir, dieses Video ist so spannend geworden, ihr müsst es euch komplett anschauen. Ob es jemand geschafft hat, uns zu eliminieren und die 2800 V-Bucks zu gewinnen, werdet ihr in diesem Video sehen. Also lasst auch für ihren Like da und ein Abo und tragt für den maximalen Support Creator-Code KUSKUS im Itemshop ein. Würde mich extrem supporten und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video. Let's go! So, Leute, wir sind jetzt hier in der Runde und wir landen jetzt in Fencing Fields und der Rest, der in der Runde ist, darf hier nicht landen. Ist verboten. Ihr dürft nur die Spitzhacke benutzen, Heal, Impulsgranaten, Autos, sonst nichts. Wenn es jemand schaffen sollte, uns zu pickaxen, bekommt ihr 2800 V-Bucks oder ihr gewinnt einfach die Runde, seid als letzter am Leben. Dann bekommt ihr auch 2800 V-Bucks und System ist auch mit am Start. Was geht? Ja, was geht? Ey, Bro, wollten wir nicht eigentlich nach Snotty Steps? Warum Snotty Steps, Bro? Ja, weil wir haben hier keine Medaille, ne? Bro, hier ist eine Medaille. Bist du lost? Echt jetzt? Wo? Guck doch auf der Map. Bist du Anfänger oder was? Soll ich dir Fortnite beibringen? Ja, guck doch auf der Map. Ach stimmt, hast recht. Hab ich gar nicht gesehen, lol. Wusste ich nicht. Was bekommt man denn hier für eine Waffe? Ähm, ich glaube die mythische Skar, also Sturmgewehr. Äh. Ja. Ja. Komm mal zu mir. Ja. Warum fliegt das? Was fliegt? Yo, okay. Das macht wenig Sinn, ne? Macht wenig Sinn, aber egal. Ich wollte es eigentlich abbauen. Brauchst du einen Biggie? Hier nimm schon mal einen Biggie. Ja, ich nehme einen Biggie. Das Ding ist, Bro, ich habe Angst. Hier können überall Leute sein, die gleich mit der Spitze... Komm, stell dir vor, hier kommen jetzt 10 Leute mit der Pickaxe angerannt. Bam, 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 weißt du? Ich weiß nicht, ob die sich so zusammen organisieren, weil ich glaube nicht... Das wäre halt ultra krank. Stell dir vor, 20 Leute. Aber jetzt wäre es richtig dumm, dass die uns Pickaxen kommen, weil wir haben halt Waffen. Die haben wahrscheinlich noch gar keine Mads und so, weißt du? Okay, Bro, wir müssen uns aber jetzt echt beeilen, weil ich habe echt die Vermutung, dass irgendwie Leute gleich hierher kommen. Ich würde sagen, wir gehen erst mal zum Boss und holen uns die Medaille, weißt du? Ja, ich bin schon unten in dem Tresor auch drin. Ich fahre mir nochmal hier ein bisschen... Ist bei dir schon einer? Bro, ich kill den Boss. Okay, okay, okay. Warte, warte. Hier. Ah, nee, das ist nicht der Boss. Ah, hinter mir ist der Boss. So, hinter mir ist auch noch jemand. Oh, locker, blockig. Bro, manchmal sind die Bots richtig OP. Ach ja, und nimm auf jeden Fall einen Grabbler mit, falls sie wieder so mit Auto, Mauto kommen und wieder abhauen, weißt du? Ja. Dann kannst du da entspannt mit Grabbler hinterher sneaken. Das ist Jackpot. Ich habe den doch jetzt schon fast. Was machst du denn hier? Killst du den überhaupt? Greifst du den überhaupt an? Bro, ich habe erst mal seine Wächter gekillt, weißt du? Ich habe ja jetzt auch ein Geschenk. Du kümmerst dich um den Boss. Easy peasy. Oh, eine Sniper. Leute, wenn ihr jetzt in meine Nähe kommt, ich habe eine Sniper. Eine epische Sniper, ne? Oh, krank. Ihr seid down. Oh, nimm du ruhig die Ska. Okay, dann nehme ich die Ska, perfekt. Und hier ist noch ein Biggie. Oh, warte, Schritte. Schritte, Bro. Hä, ehrlich jetzt? Ich dachte, jemand traut sich hierher. Ich dachte schon, Digga. Ich habe auch gedacht. Aber das wäre absolut, das wäre vor allem alleine. Bro, das macht niemand. Ehrlich nicht. Es sind halt 38 Spieler hier irgendwo auf der kompletten Map verteilt. Es kann sein, die bilden jetzt so Grüppchen, kommen dann zu zehnt auf uns. Kann auch sein, wir sehen die erst am Ende. Aber ich bin gespannt. Vielleicht macht auch irgendjemand hier Faxen. Macht vielleicht eine Skybase oder so. Am Ende eine Skybase bauen wäre halt mega schlau, wenn auf einmal ein Dick Endfight ist und noch so 20 Spieler leben. Beim letzten Mal haben ja so viele dann am Ende noch überlebt und wir waren so verwirrt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß nicht, diese Granaten, diese Clusterhaftgranaten, die sind halt auch OP im Endfight, ne? Aber damit kann man sich halt selber hitten. Das ist das Problem. Deswegen lasse ich die lieber liegen. Ja, das stimmt auch wiederum. Aber von denen gibt es echt viel. Aber Bro, wo ist denn der Tresor? Äh, hier, komm mit, komm mit. Der ist, glaube ich, hier unten. Landest du hier oft? Jo. Äh, geht so. Also nicht so oft. Aber ich glaube, hier unten ist der Tresor. Ja, hier. Oh, Bro, Jackpot. Erstmal Scanner machen. Ey, ich finde es auch so nice, dass die den Grappler ersetzt haben, ne? Weil der Ice-Grappler war so nervig. Ja, ja, die haben auch irgendwie so einen Glitch gemacht. Da sind die über die halbe Map geflogen. Ja, Mann. Wenn man sich davor ein bisschen ein paar Mal gegrabbelt hat und dann gesprintet ist, bam, über die ganze Map ist man gerannt. Das war so heftig. Hier ist für dich eine Rage-Rotflinte. Die spielt es ja bestimmt, oder? Ja, ja, die nehme ich mit. Oh, jetzt kann ich sogar meine Sniper modifizieren. Ey, hier sind auch noch zwei Sniper. Ich mache mal hier das hier. Was sagst du? Soll ich lieber eine Sniper mitnehmen oder lieber einen Grappler? Reicht, wenn einer von uns eine Sniper, glaube ich, hat. Und du kannst dann im Notfall, wenn ich gepickst werde, irgendwie abhauen oder so. Ja, du bist eh besser mit zwei Sniper modifizieren. Ja, ja. Easy. Noch ein Geschenk. Jetzt habe ich dich eingesperrt. Alles easy. Alles easy. Jetzt habe ich Schutz. Kommt her, Leute. Ich bin im Geschenk drin. Kommt her. Let's go. Okay, aber jetzt. Ey, wir müssen losgehen. Digga. Wenn am Ende noch so viele Spieler sind, dann haben wir verloren. Vertrau mir. Ja, vor allem. Ja, es ist ja auch noch gar keiner dead, ne? Die killen sich auch nicht untereinander. Und vor allem, es leben nur, also in Klammern nur 39 Spieler. Sturmflut gibt es nicht, ne? Nicht? Doch. Nein, nur wenn über 50 Leute leben und weil nur 39 ist Leben, Bro. Das heißt, die bekommen jetzt auch keinen Schaden, ne? Also ich meine nicht. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich meine nicht. Okay. Da bin ich mal gespannt. Oh nein, am Ende so komplette Eskalation, glaube ich. Ey, wir müssen die jetzt finden, Bro. Ich fühle mich so wie so, weißt du, so Zombie-Apokalypse. Wir sind so die Überlebenden und irgendwo sind hier ganz viele Zombies so steckt, Digga. Ja, so fühlt sich das halt echt an. Guck mal, da ist einer durch Bord gestorben, Christos. Ich dachte gerade, Eisenfratze. Was ist das denn für ein Name? Aber das ist ein Bot, ne? Ja. Das war es komplett, Bro. Was tut er da? Aber egal, ihr könnt ihn wiederbeleben, solange wir das nicht sehen. Bro, die sind gut. Die sind gut. Wir brauchen eine Taktik, Bro. Die Zone wird jetzt immer kleiner. Ne, ich hab das nicht. Was? Dein Erntewerkzeug. Ich hab das nicht. Aha. Aha. Wann hast du denn das geholt, Alter? Das ist voll selten, Mann. Bro, das war einfach so eine Karte, glaube ich. So ein Code, den man einlösen musste. Ja, krass, Digga. Digga, den konnt ihr mal überall kaufen, glaube ich, zu der Zeit. Ja, ich hab den nicht geholt. Blöd gemacht, Bro. Echt, ne? Vor allem ist es halt echt, die Hacke wollen so viel haben. Alle denken, dass die auch vielleicht irgendwann mal wieder zurückkommt. Aber ich glaube nicht. Ja, jetzt ist halt Weihnachtszeit, die Stars. Aber die kommt nicht. Das ist exklusiv. Auch wie Iconics, genau. Müsste auch Iconics gehen. Richtig, richtig, richtig. Zurückkommen. Hä, wo seid ihr, Leute? Bro. Da ist einer. Guck mal, die Leute werden ja mit Medaille auf der Map angezeigt. Sollen wir in die Richtung laufen? Wo, wo, wo? Ah, da hinten. Stimmt. Und da. Ja, lass da hin. Lass da hin. Lass da hin. Let's go. Renn, renn. Wir müssen die jagen. Jetzt kommt der Grappler gut. Ja, ja, let's go, let's go, let's go. Stell dir vor, der droppt jetzt. Das wäre nice. Aber die sind da hinten. Ey, ihr seid so lost. Wir sehen einfach, wo ihr seid. Wir gehen direkt da hinten. Oh, ich glaube, einer macht richtig guten Trick. Was? Da ist einer bei dieser Zugstrecke mit dem Wetter. Ja, und der fährt Zug, glaube ich. Ey, wenn man auf den Zug geht, ist auch mega schlau. Übertriebene Tankstelle. Oh, die sind hier in der Nähe irgendwo? Ja, 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 ja. Hier vorne sind die, glaube ich, bei der Tankstelle. Wo, 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 wo? Die sind hier irgendwo links? Digga, wo sind die? Wo sind die? Wo, wo, wo? Hä? Digga, wie schnell sind die? Die sind, glaube ich, mit dem Auto unterwegs. Okay, die sind echt mit dem Auto unterwegs. Lohnt sich nicht, Bro. Digga, jetzt sind die auf einmal hier. Guck mal, wie schnell die sich bewegen. Ja, ja. Wir sind jetzt in Fencing. Da sind wir gerade gewesen. Ich würde sagen, auf die fokussieren wir uns nicht, weil die wollen uns veräppeln. Bro, es wird gefühlt High and Seag hier. Wir machen hier gerade High and Seag auf der ganzen Map, bin ich dir ehrlich? Ja, deswegen. Und vor allem... Okay, jetzt... Nee, die Medaille haben die nicht gedroppt, ne? Nee, die wollen uns ablenken, damit die Leute, die keine Medaille haben, dass die überleben. So, weißt du? 100 Prozent. Ich weiß das. Glaubst du? Aber dass sich auch keiner traut. Leute, habt ihr Angst? Kommt doch zu uns, Mann. Kommt doch. Putsch, 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 Putsch. Die werden safe auf Endzone warten. Ich sag dir, wie es ist. Aber ist halt mega schlau, ne? Sollen wir mit Auto fahren? Sollen wir mit Auto rumfahren, Digga? Ja, okay, okay. Oh, was hast du für ein Auto, Bro? Willst du fahren? Ja, ich kann fahren. Okay, weil ich kann echt nicht fahren. Digga, ich bin noch nie so ein Auto gefahren. Holy moly. Oh, Alter. Ah, kein Tank, Bro. Kannst du dein Auto vielleicht tanken, Bro? Warum müssen wir auch noch tanken? Was ist denn jetzt los? Bleib einfach im Auto drin, ich bezahle. Okay, bezahle, bezahle. Gebe aus, hier. Du fährst, ich bezahle. Entspannt. Oh, Junge. 25 Prozent. So, Leute, kurz tanken. Kurze Unterbrechung. Wir werden... Oh, da hinten. Ah, nee, das bist du. Das ist dein Tankteil. Hä, das wird mir als so Schuss angezeigt. Ah, ja, stimmt, weil ich jetzt hier voll tanken, ne? Ja, ja. Warte mal. So. Wo, ist dein Ernst? Ja. Ist dein Ernst, Bro? Ja, wenn... Guck mal, das ist eine gute Taktik, weil wenn dann irgendwo ein Gegner ist, dann schieße ich einmal vorne drauf und dann brennt das Auto, weißt du? Ach so, verstehe, verstehe. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt in die Zone, also in der Zone bleiben oder sollen wir außerhalb... Nein, wir fahren einfach überall rum. Wir machen das bestimmt schlau. Ich würde auf jeden Fall hier nochmal die Basis abchecken wegen der Medaille. Ey, da vorne holen sich beide Dings hier welche. Oh, stimmt, stimmt, stimmt. Bro, 200 Meter, aber ich glaube, das haben die jetzt schon, ne? Ja, aber da müssten die da irgendwo sein. So schnell sind die nicht unterwegs. Ja, wenn die Auto haben, ich weiß es ja nicht mehr. Man darf keine Waffen benutzen, Leute. Die dürfen nur mit der Spitzsacke rumlaufen. Ganz wichtig. Sonst gibt es keine V-Bucks. Oder mit... Da unten, da unten. Der Grüne, der Grüne. Der hat Grabler, Digga. Das ist OP. Aber Grabler hat nur zehn Schuss. Ja, ja, hat nur zehn Schuss. Sollen wir den jagen? Oh my God. Ja, 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 das geht nicht, Digga. Hol den, hol den, hol den. Shit, Crack. Ich muss nachladen. Schieß weiter, fahr hoch. Nein. Ich glaube, der ist entkommen, Bro. Nein, 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 ich fahre hinterher. Der hat nicht mehr so viel Schuss. Der hat nicht mehr viel Schuss mit Grabler. Warum ist der auch alleine unterwegs, ne? Weiß ich nicht, weiß. Och, Digga, nein, der... Ja? Wo ist der, wo ist der? Busch. Glaubst du? Ich sage dir ehrlich, Busch. Nein. Hey? Nein. Guck, guck nochmal, fahr da vorne nochmal, obwohl, ne, der versteckt ist. Hier ist auch ein Busch, Bro, hier ist auch ein Busch. Digga, nein, wir haben ihn verloren. Oh my God, der ist... Oder im Baum hier irgendwo drin, das könnte auch sein. Ey, das kann nicht wahr sein, wir sind so los. Ey, Bro, wir haben noch nicht mal einen Gegner gekillt, ist dir bewusst. Ja, also am Ende wird echt schwierig, Bro, das wird richtig schwierig, ne? Das kann doch nicht sein. Ich habe den Chill Crack geschossen. Der ist bestimmt hier irgendwo, aber... Der hat halt auch so einen grünen Skin, ne? Und hier ist alles grün. Ja, ja, der macht Hide and Seek. Ich glaube, wir müssen einfach laufen. Wir müssen laufen. Dann direkt, wenn wir jemanden sehen, snipen. Es traut sich halt auch keiner, hierher zu kommen. Das ist krass. Da unten ist noch ein Busch. Fahr hier rechts nochmal einmal. Wir müssen uns, glaube ich, aufteilen. Lass aufteilen. Ja, lass aufteilen. Und dann teilen wir uns auf. Ich weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja, ich glaube... Also, wenn ihr jetzt... Ja, okay, jetzt sind wir alleine unterwegs. Jetzt könnten die theoretisch versuchen zu pickaxen, ne? Ja, ich glaube, bei dir wird es auch nicht so schwierig, du. Ich weiß nicht. Digga, stell dir vor, jetzt kommen zehn Leute zu mir. Nein. Das traut sich halt wirklich keiner. Und es wurde jemand neu gestartet. Das ist, glaube ich... Oh, hier bei der Insel ist jemand. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Digga, die verstecken... Ey, das ist echt... Das ist echt Hide and Seek ohne Spaß. Wenn ich die jetzt hier suche, ich habe so wenig Greenlife, das macht keinen Sinn. Hier ist jemand, hier ist jemand. Hier ist jemand, warte, 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 warte. Wo ist der hin? Du bist auf der Insel. Ja, ich bin auf der Insel. Hier war jemand. Aber ich habe den verloren. Das war ein Galaxy-Skin, glaube ich. Okay, ich komme auf zu dir. Weißt du was? Ich mache, ich nehme die Insel ein, dann wird gescannt. Stimmt. Ah, da hinten ist jemand. Hier ist jemand, Bro. Ich fahre mit dem Auto dahin. Ey, das ist auch eine gute Taktik, wenn du mir sagst, wo die sind. Ja, ja. Da rennt einer gerade rum. Der macht... Der will Team. Der will Team. Der macht so mit Spitzhacke. Oh, 116er, 116er. Oh, ich glaube, das war es mit dem. Das war es mit dem. Der ist halt jetzt in der Stadt. Der ist in der Stadt drin. Ich bin bei dem. Das war so ein Super-Helden-Skin. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Chill Crack. Ja, der hat diesen Grappler-Arm, Bro. Nein. Hast du ihn? Bruder, er ist einfach der Pro-Spieler schlechthin. Ich sag dir ehrlich. Er ist einfach der Pro-Spieler schlechthin. Nein, wir haben den einfach verloren. Hier auf der Insel ist auch keiner. Hier auf der Insel ist auch keiner mehr. Oh mein Gott, so lost. Ich komme mal zu dir. Das kann nicht sein. Der hat mich hochgenommen. Der hat mich nicht hochgenommen. Ich habe dich, Arnock. Ich habe dich, Bro. Der wollte mich verämpfeln. Der hat es nur in die Ecke versteckt. Nein, Digga. Gott, hier. Unlucky. Das ist der erste Spieler, den wir jetzt hier gefunden haben. Okay, wir müssen es schlau machen. Wir müssen die Karte irgendwie, weil der wird bestimmt rebooted. Okay, den ersten Spieler haben wir. War wohl nichts mit dir. Wir nehmen dich jetzt mit. Aber der ist richtig gut abgehauen, ohne Spaß. Der werden wir fast entkommen. Leute, kommt hier her. Beschützt ihn doch. Also die Karte, die können wir auch nicht so machen, dass die die nicht mehr bekommen. Das funktioniert, glaube ich. Ja, ja, aber ich dachte, dass wir so ein bisschen in die Mitte gehen, weißt. Ja, stimmt auch wiederum. Oder man macht so eine Skybase und dann oben lässt man, obwohl, wenn wir runtergebaut werden... Oh, da ist jemand Richtung Insel. Zwei Leute mit Medaillon. Ich habe ein Auto. Oh, jemand ist geriftet. Geriftet. Zwei Stück. Okay, ich habe ihn. Bam. Die kommen sogar zu uns oder nicht? Nee, nee. Oh, Mad Kid wäre wichtig, Bro. Muss ich mir geben. Die sind auf der Insel, Bro. Die sind auf der Insel drauf. Ja, ja, komm. Wir müssen die jetzt verfolgen. Komplett. Komm, komm, komm. Wo sind die? Sind die hier noch? Oder die sind hier in dem Dings drin, ey. Da, da, da. Ah, da unten, ja. Ich komme, ich komme. Die haben auch, glaube ich, die Münze, ne? Die sind im Haus drin, glaube ich. Ich habe den... Ja, 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 ja. Die sind im Haus, die sind im Haus. Nein, nein, hier hinten. Hier hinten. Der grabelt. Er haut ab, er haut ab. Ich verfolge einen anderen. Ich verfolge einen anderen. Ja, ich habe 64 gegeben. Ich glaube, den kriege ich. Oh, let's go. Ich habe einen. Stark. Du befolgst deinen Mate. Ja, ich habe ihn bekommen. Oh, das ist der Gewinner der letzten Runde. Bei dir. Ah, ja, stimmt. Der hat gewonnen. Ah, nee, vom Halt in Sieg, vom Halt in Sieg. Der Gewinner war das. Ja, war wohl nichts. Bro, die haben sechs Mad-Kids und vier Fische. Was? Die wollen echt auf Heal-Off gehen. Ich glaube, da sind auch viele andere Spiele, die das noch machen werden. Ich sage dir, wie es ist, ne? Ich nehme kein Blue Life mit. Du musst Fische mitnehmen, weil die kannst du easy schnell nehmen, weißt du? Ja, ja, stimmt. Ja. Bro, wir müssen Zone, Zone. Oh, da hinten sind auch welche. Digga, ich gehe, glaube ich, mit Rift wieder in die Zone. Ah, Digga, ich bin einfach runtergeflogen. Hier angelt jemand, Digga. Wie lost bist du denn? Oh, wir sind so ehrenlos, Bro. Er hat mich einfach fullboxed. Er hat mich fullboxed, Digga. Der ist geklickt. Der ist, oh mein Gott, Ragequid. Ah, mir tut mir leid. Digga, aber er ist lost. Er ist ja einfach am Angeln gewesen. Aber die wissen doch, wo wir sind. Ja, lost, ne? Okay, wir müssen in die Zone. Aber er dachte halt, hier ist die Zone nicht, weißt du? So. Hier werden wir nicht mehr hingehen. Ja, aber guck mal, hier unten rechts ist noch so viel Wassergebiet, wo man angelt. Nvidia Skin. Oh. Der bleibt in der Zone. Ja, Digga, da können wir jetzt nicht hin. Wir können da drin keine Fax machen. Soll er halt? Nee, nee, nee. Nee, das sind auch Zweier-Ticks, Bro. Lass sein. Lass echt sein. Ja, ich weiß halt nicht, ob das jetzt sein Mate war. Ich glaube, das war sein Mate. Der wird den rebooten. Digga, es leben noch 33 Spieler, ne? Wir müssen uns ranhalten, Bro. Streng dich bitte an. Ich gebe alles. Ich habe echt alles mit. Ich gebe richtig Gas. Wirklich. Da oben fliegt einer. Aim auf Fuß bestellt. Digga, keine Chance. Okay, wir sind jetzt in der Zone. Das Ding ist, hier ist nur Wasser, Bro. Hier ist nur Wasser. Hier läuft einer. Hier läuft einer. Hier. Rechts, ja. Hey, C. Hab ihn, hab ihn. Oh mein Gott. Juan. Oh mein Gott, Digga. Guck mal, der will zu seinen Mates. Wo ist der? Weiß ich nicht, wo der ist. Hä? Ah, da hinten krabbelt der. Ach ja, stimmt, da war der. Ey, der hat ja auch drei Mad-Kids und so. Da vorne ist auch einer, aber ich glaube, der ist entkommen. Ich habe auch noch drei Impulses, falls uns irgendwer im Endfight rausimpulsen möchte. Oh mein Gott, da dachte einer, ich sehe ihn nicht auf dem Dach. Ich habe den 116er gegeben. Die müssen jetzt alle in die Zone kommen. Kommt doch her, ihr kleinen Schlawiner. Ach ja, die müssen jetzt hinkommen. Hier vorne ist einer. Der muss schwimmen, Bro. Die schwimmen jetzt alle, Bro. Die haben, oh mein Gott, guck mal, wie viele da sind. Wir müssen jetzt angreifen. Ich gucke hier rechts, okay? Ich treffe nichts. Ey, mein Aim ist so schlecht, ehrlich. Oh, wie viele hier sind. Ey, das ist halt so schwer mit diesen Waffen. Man hat kaum Aim. Ey, Bro, hier sind so viele. Du musst zu mir kommen irgendwie. Ey, bei mir sind auch, guck mal, wie die alle schwimmen. Die machen hier Seepferdchen. Oh, ich nehme nochmal hier die Mad-Kids und die Impulses. Und ich komme dann jetzt zu dir. Bro, die bauen hier komplette Bases. Wie sollen wir da irgendjemanden killen? Ja, wir müssen durchlasern. Hier fliegt noch einer. Die bauen Skybase. Oh nein. Weg damit. Die bauen einfach Skybase. Guck mal, er springt runter. Oh. Bro, er safet sich noch. Ey, Digga, wir haben keine Chance, ne? Mit der AK geht echt bei mir gar kein Schuss rein. Ja, ja, das ist so lost, ne? Wo ich auf bin. Okay, ein 26er. Digga, ich treffe echt nichts, ne? Warum sind wir so lost, ne? Digga. Wir verlieren gleich gegen Leute, die keine Waffen haben. Komm mal hierher, Bro. Komm mal hierher. Ja, ich komme zu dir. Oh, hier unten, ne? Ja, hier unten ist komplett der Skandal. Oh mein Gott. Guck mal hier, Bro. Die angeln in Ruhe. Die können wir nicht einfach in Ruhe angeln lassen. Wo sind wir hier? Oh nein. Er hat mich rausgeimpulst. Nein, in der Zone. Ja, ja, aber ich bin wieder rein. Ich habe Grappler. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe Massimo gekillt. John Wick hat 1 HP, ne? Ja, bei mir, ja. John Wick hat 1 HP, Digga. Okay, ich habe auch noch 1. Ich habe jetzt schon 2 gekillt, Bro. Wie flachst du? Digga, ich habe jetzt gerade 1 genockt. Ich habe 3 Kills, 4. Nein, ich habe dich an so ungedacht. Die macht jetzt extrem viel Damage. Bro, du musst die ganze Zeit in die Zone gehen. Die ganze Zeit in die Zone. Hier ist John Wick. Dieser John Wick regt mich so auf, ne? Ich habe den schon so aufs Low gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind die ehrenlos. Oh mein Gott, sind die ehrenlos. Oh mein Gott, sind die ehrenlos. Die empfohlen sie mich einfach in die Zone. Ich bin fast gestorben. Ich hatte nur noch 8 HP. Alter. Ey, es ist halt so schwer, weil man die ganze Zeit nachladen muss, ne? Das ist halt echt. Okay, ich habe noch 1 gekillt. Oh, hat die Fische. Okay, die hat ein paar Fische mit, ja? Oh, Leute. Digga, was die hier machen, ist halt so krank, ne? Du musst dich halt auch echt die ganze Zeit zubauen, weil die werden die ganze Zeit dich versuchen halt eben mit Impulsi hoch zu impulsen, ne? Ja, das stimmt. Sag dir, wie es ist. Also auch immer darauf achten, dass du full Green Life hast. Immer. Ich versuch's, ich versuch's. Sollen wir gemeinsam draufgehen auf irgendwen? Bro, ich schieße einfach irgendwo gerade hin. Das ist wirklich ein bisschen Wasser, Digga. Alter. Ey, die sind alle so low, ne? Ich kann nicht mehr. Aber ich kriege niemanden, ne? Ja, 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 fühle ich. Hab einen. Oh, das war nice von mir. Digga, ich kriege niemanden. Hab noch einen. Ich muss in die Zone. Achte auf die Zone, Bro. Ja. Zum Glück hab ich diesen Grappler. Die verschwinden halt jetzt alle auch ihre Mads, ne? Übel, Digga. Jetzt legen die los. Ich bin so fokussiert. Okay, nein! Nein, Bro, ich werd sterben! Nein, Bro, ich werd sterben! Die haben mich rausimpulst! Ich hab aber acht Fische mit. Ich könnt's noch schaffen. Oh, mein Gott, Digga. Warte, 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 warte. Oh, warte, 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 warte. Ich hab's noch geschafft. Aber, Bro. Bro, das war so knapp. Du weißt nicht. Digga, was machen wir hier, ne? Was machen wir hier? Ey, das kann nicht wahr sein. Ich hab noch einen. Endlich den John Wick, glaube ich. Den John Wick hab ich gerade geholt. Digga, die sind so schlau. Die sind auch alle so... Bro, das sind wie so Mäuse, Digga. Überall sind welche. Ja, es zeigt da nix mehr. Ehrlich nicht. Ey. Ach, das bist du. Guck mal, ich denk sogar, du bist jemand. Oh, mein Gott. 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 Jetzt machen die wieder Skybase. Die können doch nicht wieder dieselbe Taktik machen wie das letzte Mal bei uns. Das können wir nicht mit uns machen lassen, vielleicht. Ich kann nicht mehr, Bro. Ich kann nicht mehr. Ich seh nichts mehr. Holy Moly, was geht da oben ab? Ey, entweder bin ich komplett lost, aber ich bin hier überfordert. Ich bin so überfordert. Ihr checkt das nicht. Endlich habe ich jemanden. Stopp, Bro. Stark. Stark, 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 stark. Komm, schieß jetzt einfach die Skybase kaputt. Die machen alle Skybase. Wir müssen, glaube ich, auf Heel-Off gehen. Vielleicht noch ein paar Kills runterholen und dann passt das. Ich habe Skybase, glaube ich. Langsam geht die kaputt. Einer fällt hier runter. Ich glaube, das passt nicht, Bro. Hast du Heel-Stuff mit? Ja, ich habe drei Mad-Kills, aber wir müssen einfach nach oben schießen. Oh, hier ist jemand. Ja, stark, stark, stark. Mad-Kills, Mad-Kills. Warte, ich nehme. Ich muss... Oh, nimmst du die andere Mad-Kills? Ich nehme jetzt einfach Waffe. Ich lasse meine Waffe liegen. Ja, ja, ich schieße nach oben. Dann fliegen die runter. Kannst du bauen, dann kann ich mir eben nochmal kurz Mad-Kills geben. Ja, mach, mach, mach. Gehen dir Mad-Kills, Mad-Kills, Mad-Kills. Okay, ich gebe dir jetzt auch. Nimm du auch einen. Ja, ich habe, ich habe, ich habe. Ich schieße jetzt nach oben. Ich schieße nach oben, dass die sich nicht Heelen können. Ja, ich baue, ich baue. Ja, ich muss auch Mad-Kills nehmen. Ich muss auch Mad-Kills nehmen. Die hauen alle ab. Die hauen alle ab, Digga. Wir überleben das nicht. Ich bin so gespannt, wer gewinnt. Ich habe dir gesagt, am Ende wird es sowieso wieder Heelen auf. Die holen sich alle Mad-Kills. Das kann nicht sein. Es leben einfach noch. Oh, jetzt gehen die alle down. Jetzt gehen die alle down. Die gehen alle down. Ich sterbe jetzt. Es leben noch zwölf Leute. Was? Beobachten. Beobachten. Warum ist das so schwer? Was geht da ab? Guck mal, wie viele Leute da noch sind. Die geben sich alle Fische, Mad-Kills, alles. Ich bin so gespannt, wer gewinnt. Es wird spannend. Der Skull Trooper hat noch fünf Fische. Bro, die Fische sind so OP. Ehrlich, deswegen haben die auch alle geangelt. Fabi hat jetzt noch drei Fische und sieben Mad-Kills. Digga. Da liegen sogar... Oh. Oh. Er ist down. Er ist down. Peaks. Und Shango. Haben gewonnen. Ihr bekommt beide 2800 V-Bucks von mir. Holy Moly. Was war das denn, Bro? Ja, das ist echt krass. Das war krank am Ende. Aber wir hatten auch keine Chance. Digga, da hat man keine Chance am Ende. Aber weißt du, was wir hätten machen sollen? Was denn? Explosiv mitnehmen, sobald die sich hochbauen. Und dann runterschießen. Boah, ja, Mann. Ja, Mann. Für das nächste Mal. Schade. Egal, GG's. GG's. �-A-N-E-N-E-N-N-K-W-I-N-E-N-C-I-I-S-J-G-S-H-I-G-S-I-A-N-E-C-I-G-S-A-D-C-I-S-H-I-N-E-C-I-S.